Aha. Ein Podcast für Neugierige und die, die es bleiben wollen. Mit Joram Schwarzmann und Marco Derscher. Hallo und herzlich willkommen zu unserer 20. Episode schon. Heute ist Dienstag, der 11. August. Weil wir beide sehr neugierig sind, stellt einer von uns dem anderen am Ende jeder Episode eine Frage, die derjenige dann in der nächsten Folge beantworten darf. Und das machen wir immer abwechselnd. In der letzten Episode durfte ich dir eine Frage beantworten. Weißt du noch, worum es ging? Ja, du hast mir erklärt, wie die ISS funktioniert. Und eine Anekdote ist mir da in Erinnerung geblieben. Seither blicke ich nicht mehr mit denselben Augen in den Nachthimmel. Was du nämlich erzählst, ist, dass halt Abfälle und Fäkalien der ISS quasi zum Verglühen in die Atmosphäre geschossen werden. Ja, das ist hängen geblieben. Diesbezüglich gab es auch Feedback von einer Hörerin auf Twitter, bei der das auch hängen geblieben ist. Du siehst, unser Podcast verändert Leben. Ja, Sternschnuppen sind auf einmal was ganz anderes. Man hat auf einmal ein ganz anderes Gefühl dabei. Wenn man mal das Glück hat, eine zu sehen, denkt man sich, ein ausgenutztes Transportschiff der ISS, was gerade verglüht, voller Abfall. Weil man weiß es nicht. Ja, aber das bedeutet, dass jetzt du an der Reihe bist, mir meine Frage vom Ende der letzten Episode zu beantworten. Und ich wollte von dir wissen, wie eigentlich ein U-Boot funktioniert. Ja, das ist richtig. Ich könnte jetzt anfangen, den üblichen Salmon von mir zu geben, wie welche Untiefen mich die Recherchen geschickt haben. Und wie uferlos das Ganze war. Ich glaube, das muss man eigentlich nicht mehr erwähnen. Das ist einfach so. Das heißt, du bist mal richtig tief eingetaucht. Genau. Wir werden auch heute sämtliche Wortspiele, die sich irgendwie anbieten, werden wir sicher irgendwann mal unterbringen. Im weiten Ozean der Wortspiele werden wir auf jeden Fall. Genau. Ich möchte, bevor ich anfange mit meinen Ausführungen, möchte ich ein paar allgemeine Hinweise noch loswerden. Und zwar gibt es diesmal tatsächlich jede Menge weiterführende Links in den Shownotes. Für alle, die nicht wissen, wo Shownotes sind, die haben entweder einen minderwertigen Podcast-Client oder haben einfach noch nicht drauf geguckt. Ihr könnt auch auf unserer Homepage nachgucken, da kann man die auch nachlesen. Das Zweite ist, was ich nicht verlinken konnte, war eine Hauptinformationsquelle. Die möchte ich auch gleich mal vorweg nennen. Das war nämlich ein etwas älteres Buch. Du kennst es schon, du hast schon ein Bild davon gesehen. Das Buch Unterseeboote und Tiefseefahrzeuge von Jeffrey Tall, erschienen im Kaiser Verlag. Und ich habe mir noch etwas Besonderes einfallen lassen. Ich habe jetzt in der Recherche jede Menge Bilder rausgesucht, die ihr zu den Kapitelmarken im Podcast-Client eures Vertrauens sehen könnt. Auch hier wieder einen entsprechenden Podcast-Client vorausgesetzt. Ich würde mir euch wünschen, dass ihr so einen habt. Also Pocket Cast ist der meines Vertrauens, der macht das. Ich glaube, mittlerweile macht es sogar die Podcast-App von Apple selber. Wenn man ein aktuelles Betriebssystem drauf hat, dann kann die das. Aber ich bin ein großer Fan von Castro auf iOS. Aber Pocket Cast ist ja auf allen Plattformen zu finden. Das heißt, wenn ich über irgendetwas spreche, dann weise ich jetzt im Verlauf nicht extra nochmal drauf hin. Aber dann guckt einfach mal auf euer Smartphone oder auf euer Endgerät, das ihr in der Hand habt oder in der Hosentasche. Und die Chancen stehen gut, dass ihr dann ein Bild zu dem seht, über das ich spreche. So ist zumindest der Plan. Genau. Ja, wir fangen an mit einer Begriffsdefinition. Was ist denn eigentlich ein U-Boot? Naja, U-Boot ist kurz für Unterseeboot. Und es ist halt ein Boot, das für Unterwasserfahrt gebaut wurde. No shit, Sherlock. Hätte man sich jetzt auch denken können. Zack, fertig. Folge vorbei. Moderne, große U-Boote, die haben so eine Masse von bis zu 26.000 Tonnen, so sie sich mal, auf der Zunge zergehen lassen. Die werden auch U-Schiffe genannt, weil Boote zu klein ist. U-Schiffe. 26.000 Tonnen. Sag mal weiter, ich suche mir einen Vergleichswert raus. Der Ausdruck U-Boot bezeichnet speziell militärisch verwendete Unterwasserboote und zivile U-Boote. Ob die jetzt kommerziell oder für die Forschung verwendet werden, die werden meist auch als Tauchboot bezeichnet. Was hattest du gesagt, wie schwer waren das? 26.000 Tonnen. 26.000 Tonnen. Ja, das sind 419 Tonnen. Also zwei Größenordnungen weniger ist die ISS schwer. Ja, das kann man jetzt schlecht mit Fußballfeldern vergleichen. Ja, Fußballmannschaft. Wie viel durchschnittliche Gewicht einer Fußballmannschaft. Wie viel wiegt ein Fußballfeld? Grundsätzlich kann man sagen, dass der Krieg der Anreiz dafür war, dass der Mensch den Kampf mit der Tiefe aufgenommen hat. Das heißt, ich habe mir jetzt, ich werde mir jetzt im weiteren Verlauf tunlichst Mühe geben, Dinge wie den ersten und den zweiten Weltkrieg auszusparen. In meinen Ausstufen quasi. Ja, genau, danke. Aber selbst dieses Buch, das ich anfangs erwähnt habe, besteht zu zwei Dritteln aus Kriegsgeschehen. Und ich fand das nochmal ein bisschen lame, weil da geht es dann wirklich im Detail darum, welches Boot wie viel versenkt hat und wo das hinverlegt wurde und bla. Also natürlich hatten die einen massiven, massive Auswirkungen auf den Kriegsverlauf vor allem eben zu sehen. Wie massiv, darauf gehe ich schon noch ein. Aber meine Ausführungen oder das, was ich jetzt eigentlich erzählen möchte, geht nicht so sehr um das U-Boot als Kriegsgerät. Das ist vielleicht so das Endprodukt aus all diesen Entwicklungen, die es so mitgemacht hat. Sondern ich möchte mich eigentlich hauptsächlich auf die technischen Entwicklungen und auf die technischen Fortschritte konzentrieren, die es halt gebraucht hat, um ein U-Boot zu dem zu machen, was es heute ist. Und genau, das nur vorweg als Disclaimer. Also Krieg ist unumgänglich, wenn es um die Geschichte des U-Bootes geht, leider. Aber es soll jetzt nicht hier die Hauptrolle spielen. Generell wird ja der U-Boot-Krieg für eine neuere Phase des Seekriegs gehalten. Also wenn man an U-Boot denkt, dann denkt man halt an das Boot, denkt man an Zweiter Weltkrieg, denkt an U-96. Aber in der Tat ist es eine der ältesten Methoden, ein feindliches Kriegsschiff außer Gefecht zu setzen. Schon die alten Griechen haben Taucher quasi ins kühle Nass geschickt, um beispielsweise bei einer Seeblockade die Ankertaue der gegnerischen Schiffe zu durchtrennen. Und ohne die Ankertaue waren die Schiffe natürlich ein leichtes Opfer für Wind und Wellen, was nicht selten zu deren Zerstörung geführt hat. Also die Erfahrung musste zum Beispiel auch schon Alexander der Große während seiner siebenmonatigen Belagerung von Tyros 332 v. Chr. machen, dass seine Belagerungsschiffe da vor diesen Tauchern nicht sicher waren. Weißt du was über die Taucher? Ob die, waren die einfach sehr gut im Luftanhalt oder hatten die schon irgendwie Sporche oder irgendwas? Nee, die hatten noch keine Gerätschaften. Also die sind halt einfach wahrscheinlich im Schutze der Nacht irgendwie unbemerkt hingeschwommen, getaucht. Also ich glaube jetzt nicht, habe ich jetzt auch keine Zeitung gefunden. Wenn man es genau nimmt, hat dieser nur wenige Minuten dauernde Einsatz, kann man den als menschlichen Vorläufer moderner Atom-U-Boote betrachten. Und deren Einsatzdauer ist theoretisch unbegrenzt. Und die verfügen über eine Waffe, die eine Reichweite von tausenden von Kilometern haben. Und die sind halt in der Lage, ganze Städte dem Erdboden gleich zu machen und nicht nur ein Ankertau zu durchschneiden. Aber da beginnt die Geschichte, vor Christus bereits. Im Jahr 20 v. Chr. begnügte man sich dann nicht mehr mit dem Durchtrennen von Ankertauen. Da hatte ein einflussreicher jüdischer Philosoph und Theologe namens Philon von Alexandria die Idee, mit Handbohrern Löcher in den Schiffsrumpf zu bohren und mit Wasser zu fluten. Okay. Und kommen wir noch drauf. Und am Anfang der christlichen Zeitrechnung, im Jahr 196 n. Chr., stoßen wir bei der Belagerung von Byzanz durch Septimus Severus wieder auf Taucher, die Ankertau durchtrennt haben. Aber diesmal hat man die Schiffe sogar abgeschleppt und sie von den übrigen feindlichen Schiffen getrennt. Ich weiß jetzt nicht, wie groß die Schiffe damals waren. Wo viele Taucher dann da quasi gemeinsam gezogen haben. Aber scheinbar war das wohl möglich. Ja. Springen wir bis in die Zukunft, ins Jahr 1190, in einem deutschen Helden-Epos mit dem Titel Salman und Morolf. Nie von gehört. Wird davon, ich auch nicht, wird davon berichtet, wie Morolf sich ein Tauchboot aus Leder baute und sich damit ganze zwei Wochen am Meeresgrund versteckt hielt. Und während dieser Zeit versorgte er sich angeblich über eine lange Röhre mit Luft. In Wirklichkeit ist das aber wahrscheinlich keine besonders praktikable Lösung, weil der gute Morolf ohne ausreichende Luftzufuhr über eine Pumpe wahrscheinlich erstickt wäre. Aber wie es halt in Helden-Epen so ist. Er hat eine heldenhafte Lunge gehabt und damit konnte er pumpen. Fun Fact. Die menschliche Lunge ist nicht in der Lage, sich über eine Röhre, die mehr als doppelt so lang wie die Luftröhre ist, mit Luft zu versorgen. Ohne dass es zu einer übermäßigen Kohlendioxidbildung kommt. Und hat das nur mit Volumen zu tun oder mit Luftdruck? Das hat was mit dem Druck zu tun. Also du schaffst es halt dann nicht mehr mit einem Atemzug, das Kohlendioxid aus dieser Röhre zu befördern. Ja. Also das heißt, ich dachte ja als Jugendlicher hatte ich immer so Vorstellungen, naja, man nimmt einfach einen Schlauch, sorgt dafür, dass das obere Ende oben rausguckt und kann dann unter Wasser rumwandern. Ein Grund, warum das nicht geht, ist eben das Kohlendioxid. Das andere Grund ist natürlich der Wasserdruck, gegen den du ja anatmen musst und wo dir ja heutige Lungenautomaten helfen durch den Druck. Fand ich ein witziges. Ja, ich muss dann an so, ich glaube, das ist Tick, Trick und Track, so lustige Taschenbücher denken. Ich glaube, da kam der Trick auch eines ein oder anderen mal vor, dass sie einfach einen langen Grashand, so einen Schilfhalben genommen haben und dann konnten sie sich einfach überwassen. Ja, ja, ich habe komischerweise auch so ein Bild vom geistigen Auge. Ich weiß aber nicht, wie lang der war. Es ist ja alles safe. Also wie gesagt, bis, also darf halt nicht doppelt, mehr als doppelt so lang wie deine eigene Luftröhre sein. Aber die ist ja nicht so super lang, oder? Ich meine, was ist meine Luftröhre? Keine Ahnung, 20 Zentimeter, 30 Zentimeter? Naja, also vom Mund bis zur Lunge. Ich habe keine Ahnung, wie lang die ist. Habe ich jetzt auch nicht nachgemessen. Aber ich glaube, das ist ein wichtiger Lifehack auf jeden Fall. Nicht irgendwie mit so einem ein Meter, anderthalb Meter langen Strohhalm in den See gehen, in der Hoffnung, dass man dann nie wieder atmet. Ja, vor allem nicht irgendwie sich vorher mit Blei einschweren oder sowas. Also lass das mal besser sein. Dann geht es weiter zu Aufzeichnungen des englischen Mönchs Roger Bacon, der von 1214 bis 1292 gelebt hat. Und der gilt als einer der ersten modernen Wissenschaftler. Und in seinen Aufzeichnungen ist die Rede von einem Tauchgerät, mit dem Menschen ohne Gefahr für Leben oder Glieder unter Wasser umherwandeln könnten. Und natürlich entwickelte auch kein geringerer als der Künstler und Erfinder Leonardo da Vinci. 1452 bis 1519 hat er gelebt, Ideen für unter Wasser arbeiten. Witzigerweise hat er sich aber geweigert, die Einzelheiten seiner Pläne bekannt zu geben. Denn er, Zitat, traute der bösartigen Natur der Menschen nicht, die dann auch noch auf dem Meeresgrund weiter morden würden. Wie wahr, wie wahr. Ja, das ist fast schon prophetisch. Aber er hat ja auch reichlich Kriegsgeräte entworfen. Ja, ja, ja. Er war ja selber nicht ganz unschuldig daran, auf neue Weisen Leute umzubringen. Alles für die Wissenschaft. Nur für die Wissenschaft. Ja, wenn man, also das waren so die ersten Gedankenspiele, Erwähnungen in der Geschichte. Und grundsätzlich, bevor man sich ja jetzt an die Konstruktion eines Unterwasserfahrzeugs, eines Unterwasserbootes macht, muss man sich ja erstmal den Herausforderungen der Tiefe stellen. Und welche das so sind, habe ich mir mal aufgeschrieben. Also die drei großen Herausforderungen, die man zu meistern hat oder was man halt überwinden muss, ist zuvor das natürlich mal der Auftrieb. Also jeder kennt das. Wenn man dem Körper in eine Flüssigkeit taucht, dann sinkt er, bis er sein eigenes Gewicht an Flüssigkeit verdrängt hat. Respektive seine eigene Dichte an Flüssigkeit verdrängt hat. Und Dichte ist ja der Quotient aus Masse und Volumen eines Körpers. Dieser Zusammenhang wird im Übrigen vom Archimedischen Gesetz beschrieben, das Archimedes entdeckt hat, 287 vor Christus bis 212 vor Christus gelebt hat. Und das Archimedische Gesetz lautet, für einen Körper, der sich in einer Flüssigkeit oder in einem Gas befindet, gilt, die auf den Körper wirkende Auftriebskraft ist gleich der Gewichtskraft der von ihm verdrängten Flüssigkeits- beziehungsweise Gasmenge. Und für alle Experimentierfreudigen da draußen, das kann man nämlich super Experimente mitmachen. Also man nehme ein Glas Wasser, macht das randvoll, man lässt jetzt mal einfach diese Oberflächenspannung außen vor, wirft einen Gegenstand rein und wiegt das Wasser, das überläuft. Und das Wasser, das überläuft, ist im Prinzip die Auftriebskraft, die auf diesen Gegenstand wirkt und ist quasi gleich seiner Gewichtskraft. Und wenn man jetzt irgendwas mit Luft aufpumpt beispielsweise, dann vergrößert sich sein Volumen und verringert sich somit die Dichte und somit schwimmt er leichter oben, als wenn man die Luft halt rausnimmt. Und schon haben wir ein Prinzip verinnerlicht, das für U-Boote sehr, sehr wichtig werden wird im Laufe der Zeit. Ein zweites großes Problem hat auch mit Luft zu tun, nämlich die Luftversorgung unter Wasser. Ist ja klar, also wenn man da längere Zeit unten bleiben will, dann braucht der Mensch eben eine erneuerbare Frischluftquelle, eben wegen diesem dummen Kohlendioxid, wie das wir ja gerade bei dieser Röhre hier schon kennengelernt haben. Und das dritte, mit dem man mitunter zu kämpfen hat, vielleicht noch nicht so arg in der Anfangszeit, aber halt später dann ist natürlich der Druck, der unter Wasser herrscht, der beträgt, also der atmosphärische Druck beträgt ja ziemlich genau ein Bar und pro Meter Tiefe steigt der Druck um ein Zehntel Bar, also 0,1 Bar. Das heißt, in zehn Metern Tiefe ist der Druck doppelt so hoch wie über dem Meeresspiegel. Und wenn der Mensch halt längerer Zeit höherem Druck ausgesetzt ist, kommt es halt zu einer Stickstoffanreicherung im Blut. Jeder kennt das oder hat es vielleicht schon mal gehört, tut es hoffentlich nicht, leidet dann an der Taucherkrankheit. In dem ist, wenn man dann zu schnell auftaucht, der Stickstoff halt Blasen bildet im Blut und das kann unangenehme Folgen haben. Also merken wir uns, Auftrieb, Luftversorgung, Druck, das sind so die drei großen Feinde, gegen die man zu kämpfen hat. Erst im Jahr 1578, wobei erst, erst ist gut, ja, also bei meinen ganzen Recherchen war ich erstaunt, wie früh die Dinge schon entwickelt wurden, die man heute so kennt in einem klassischen U-Boot. Ja, wirst du auch feststellen. 1578 wird zum ersten Mal in der Geschichte sowas beschrieben, was unserer Vorstellung von einem Unterseeboot entspricht. Der englische Kanonier William Bourne lieferte in seiner Schrift, Achtung, das kommt mein bestes Englisch, Inventions induces very necessary for all generals and captains, all leaders of men as well by seas as by land. Übersetzt Erfindungen und Pläne von äußerster Wichtigkeit für alle Generäle und Kapitäne oder Truppenführer zu See und zu Lande. Da hast du es ja tief gestapelt, also unter dem Titel möchte ich auch gerne all meine Sachen veröffentlichen, was immer ich schreibe, meine Einkaufsliste von größter Wichtigkeit für alle Generäle und alle überhaupt. Ja, sehr, sehr, wie soll ich sagen, war sehr von sich selbst eingenommen offensichtlich. Jedenfalls lieferte er in seiner Schrift erstmals eine einleuchtende Erklärung für die Schwimmfähigkeit von Schiffen, und zwar durch die Verdrängung des eigenen Gewichts an Wasser. Und er hatte so die Idee, dass er das Volumen eines Tauchschiffs verringern wollte, und zwar indem er die Seitenwände, die mit gefettetem Leder abgedichtet und verbunden waren, mit Schraubwinden zusammengezogen wurden, womit Bourne eigentlich die Tauchtanks erfunden hat. Und wurden die Seitenwände quasi wieder hinausgedreht, vergrößerte sich das Volumen des Boots ein Stück wieder auf. Es gab zwar keinen Beweis dafür, dass dieser William Bourne seine Theorie jemals in die Praxis umgesetzt hat, dennoch gilt er als einer der ersten oder als der erste U-Boot-Konstrukteur. Also 1578, wohlgemerkt. Ja, ich überlege gerade, was da noch in der Zeit los war. Das war 100 Jahre nach der Französischen Revolution, da waren die Leute schon in den USA. Da bin ich furchtbar schlecht in sowas. Ich versuche es nur gerade irgendwie grob einzuordnen, um mir vorzustellen. Ich habe gerade Hamilton mir angehört, nur die Musik, nicht das Musik mir angesehen. Und das spielt irgendwo in der Zeit, aber ich lüge jetzt wahrscheinlich, egal. Genau, aber ja, schon ziemlich früh im 16. Jahrhundert kam so der erste Funk, wie sagt man dann, Gedanken, wie hieß es? Ja, die erste große Idee. Okay, wir springen wieder ein bisschen weiter. Dr. Cornelius van Drebbel, der von König Jakob I. von England zum Hoferfinder ernannt wurde, gebührt die Ehre, das erste funktionierende Unterseeboot gebaut zu haben. Die Idee soll ihm wohl eines Nachts gekommen sein, im Jahr 1623, als er an der Thämmsee entlang spazierte und beobachtet hat, wie Fischer die schweren Fangkästen hinter ihren Booten herzogen. Und wenn die Leinen sich strafften, dann sanken die Boote tiefer ins Wasser. Logischerweise, Kästen sind ja schwer. Und wenn die durchhingen, dann kamen die Boote eben wieder weiter an die Oberfläche. Und dieses physikalische Phänomen hat ihn irgendwie so fasziniert, dass er halt unbedingt wissen wollte, ob es möglich war, ein mit Ruderern angetriebenem Boot durch die Vorwärtsbewegung unter Wasser halten zu können. Also da ging es sogar nicht so groß um Ballasttanks oder Tauchtanks oder so, sondern er wollte einfach nur gucken, kann man durch Bewegung ein Gefährt unter Wasser drücken und unter Wasser halten. Und er hat also ein Fischerboot überbaut mit einer Holzkonstruktion. Das sah sehr martialisch aus. Erstes Bild im Übrigen, das es dazu gibt. Und er überzog das Ganze mit mehreren Schichten gefettetem Leder. Und die Ruder, Backboards und Steuerboards wurden durch Ledermanschetten geführt. Also da kamen tatsächlich Ruder raus, links und rechts. Und die Öffnungen hat er so mit Metallstreifen wasserdicht gemacht. Und 1626 dann führte dieser Cornelius van Drebbel dem König Jakob sein Tauchboot auf der Themse erfolgreich vor. Und mit Hilfe des nach unten geneigten Vorderdecks, das als so eine Art Tauchbrett fungierte und ein paar zusätzlichen Wasserballasttanks aus Ziegenleder, also da hat einfach noch ein bisschen Gewicht draufgeladen, konnte das Boot tatsächlich auf eine Tauchtiefe von 3,60 Meter gebracht werden. Und da gibt es eine Lithographie von diesem Ereignis. Das dürftet ihr jetzt sehen, hoffentlich im Podcast-Client. Das sieht aus wie irgendwie so ein Nessi auf Ausflug in der Themse. Ja, das sieht wirklich aus wie so ein komischer, unförmiger, dicker Fisch, der so auf jeder Seite sechs Beine rausstreckt, was dann die Ruder sind. Und ist halt nicht vollständig unter Wasser, aber ein Großteil halt unter Wasser. Nee, der war vollständig unter Wasser. Vollständig, okay, dann habe ich das nur auf der Abbildung. Also der hat quasi im Prinzip ja nur durch den Vorwärtstrieb genug Abtrieb erzeugt, durch die Aerodynamik kann man nicht sagen, Aquodynamik, um das Ding halt unter Wasser zu drücken. Ja, und das war 1626. 1653 baute der Franzose de Saint in Holland ein Unterseeboot, das in seiner Form einer würfelförmigen Kiste glich, an die vorne und hinten längliche Pyramiden mit rechteckiger Grundfläche anschlossen. Auch hier gibt es wieder ein Bild. Du kannst mal nach Rotterdamer Schiff googeln, um dir ein Bild anzugucken. Angetrieben wurde dieses Rotterdamer Schiff durch ein in der Mitte montiertes Schaufelrad und durch die Bootsmitte liefen massive Holzbalken mit Eisenbeschlägen. Und mit dieser Art Ramsporen konnte ein Gegner knapp unter der Wasserlinie gerammt und dadurch versenkt werden. Leider hat das Boot über einen so wirkungslosen Antriebsmechanismus verfügt, also dass alle Versuche fehlgeschlagen sind. De Saint war gescheitert, hat er aber das erste Unterseeboot für den Kampf gebaut. Ich finde es schön, dass hier steht, dass das Rotterdamer Schiff kurz ist für den vollständigen Namen. Das heißt, Rotterdamer Schiff, das die Engländer unter Wasser vernichten wird. Ja, genau. Ja, damit konnte man halt Dinge rammen. Das Prinzip der Ballast-Wassertanks wurde zum ersten Mal im Jahr 1680 in Entwürfen des italienischen Physikers, Mathematikers und Astronoms Giovanni Alfonso Borelli gefunden. Und der beschreibt in seinen Aufzeichnungen große Lederflaschen, die an Öffnungen am Schiffsboden befestigt waren. Und diese sollten quasi die Wasserverdrängung des Bootes regulieren und es zum Schwimmen und zum Sinken bringen. Auch da gibt es eine Zeichnung von. 1772, fast 100 Jahre in der Zukunft, also nicht in der Zukunft, 100 Jahre später, wurde im Steinhuder Meer das erste Unterwasserfahrzeug in Deutschland getestet. Es bestand aus Holz und hatte die Form eines Fisches, weshalb es den Namen Hecht erhielt. Und mit dem Boot wurde etwa zwölf Minuten getaucht. Da habe ich eine Abbildung gefunden. Das ist eine zeitgenössische Darstellung. Die sieht ja aus wie ein Fantasie-Untersee-Tiefsee-Ungeheuer, aber es ist quasi eine zeitgenössische Darstellung dieses Unterseebootes. Immerhin zwölf Minuten. Das heißt, das Hauptproblem, womit sie alle noch gekämpft haben, war der Auftrieb, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Weil jetzt diese Ballasttanks dann relativ frisch erfunden wurden. Gar nicht so sehr. Ja, nee, das mit dem Auftrieb hatte man schon im Griff. Was man, glaube ich, nicht im Griff hatte, war Antrieb. Das habe ich jetzt nicht genannt als Feind der Tiefe. Aber der Antrieb war schon immer ein Problem. Du kennst doch die Geschichte vom Hasen und dem Igel, oder? Ja, wobei ich neulich dran gedacht habe und mir gar nicht mehr richtig klar war, was da eigentlich die Moral war. Und ich weiß nur, dass die ein Wettrennen machen. Und der Igel irgendwie schlauer ist als der Hase. Aber ich weiß nicht mehr, wie er das gemacht hat. Egal, das wollte ich jetzt als mehr oder minder holprige Überleitung nehmen zu einer Geschichte, die ich dir erzählen möchte. Und zwar von der Schildkröte und dem Adler. Und zwar fand am 6. September 1776 wurde zum ersten Mal in der Geschichte ein Schiff von einem Unterseeboot angegriffen. Das ist jetzt eine bisschen ausführlichere Geschichte, aber ich fand die so kurios, dass ich da jetzt ein bisschen detaillierter drauf eingehe. Und zwar fand das Ganze in Nordamerika statt, im Hafen von New York. Und da haben britische Kolonisten mit ihrem Unterseeboot namens Turtle Lord House Flaggschiff die Igel angegriffen. Also Turtle vs. Eagle. Angefangen hat das Ganze mit den Experimenten eines jungen, hervorragenden Wissenschaftlers namens David Bushnell, der Schießpulver unter Wasser zur Explosion bringen wollte. Und seine Experimente haben dann zu der Erfindung einer durch einen Urwerkmechanismus gezündeten Unterwassermine geführt. Also gar nicht so unspektakulär. Und als Transportmittel für diese seine 68 Kilogramm schwere Mine sollte ein Unterseeboot dienen, das Bushnell unter absoluter Geheimhaltung auf einer Insel im Connecticut River baute. Die Turtle, die wegen ihrer eiförmigen Bauweise so genannt wurde, hatte eine Länge von 2,3 Metern, eine Höhe von 2,4 Metern und eine Breite von 1,2 Metern. Und die sah von der Seite tatsächlich aus wie so ein Ei. Also gerade größer als so ein stehender Mensch. Also wenn man sich das vor Augen führt, ist nicht viel Platz. Gebaut war die aus Eichenplanken und die wurden durch Eisenringe fest zusammengezogen. Und ein Balken im Bootsinneren diente als Sitz und zusätzliche Rahmenverstärkung. Die Turtle bot also gerade mal genug Platz für einen einzigen Navigator und der Luftvorrat reichte für 40 Minuten unter Wasser. Aufgetaucht konnte der Navigator durch ein Bullauge gucken, wohin er fuhr und unter Wasser stand ihm zur Steuerung des Boots ein mit Phosphor beschichteter Kompass zur Verfügung. Also mit anderen Worten, da unten war es dunkel wie in einem Pferdehintern. Die Luft wurde durch Ventilatoren erneuert, die sich zu drehen begannen, sobald die Turtle an die Oberfläche auftauchte. Zur Verringerung des Auftriebs seines Unterseeboots verwendete Bushnell 408 Kilogramm schwere Bleigewichte, eine Kette mit einem Gewicht von 90 Kilogramm, die im Notfall schnell abgeworfen werden konnte, sowie einen kleinen eingebauten Ballastwassertank. Das Ventil zum Fluten des Ballastwassertanks wurde mittels Fußpedal bedient und zum Entleeren dienten zwei Lenzpumpen aus Messing. Für die Auf- und Abbewegung und die Vor- und Rückwärtsbewegung war die Turtle mit zwei handzukurbelnden Propellern ausgerüstet, von denen einer vorne und der andere oben angebracht war. Mit einem von Hand zu bedienenden Steuerruder konnte das Unterseeboot geradeaus oder auch seitwärts gelenkt werden. Die Turtle sollte sich dem Ziel unbemerkt nähern, dann genügend Ballastwasser einlassen, um direkt unter das Angriffsziel zu gelangen. Dann musste die Turtle ihr Gewicht so weit verringern, dass sie aufstieg und sich gegen die Bordwand des feindlichen Schiffs drückte. Dann musste eine Schraube durch eine Metallröhre in die Schiffsplanken gebohrt werden. Die Schraube war über eine Leine mit der Mine verbunden und der Navigator des Unterseeboots hatte quasi die Aufgabe, dann die Leine zu lösen, sobald die Schraube fest eingedreht war, sodass er sich noch vor der Explosion in Sicherheit bringen konnte. Die direkt dann an der Wasserlinie des Schiffs treibende Mine würde dann durch den Uhrwerksmechanismus zum Zünden gebracht und die 68-Kilo-Ladung sollte wohl ein ausreichend großes Loch in das Schiff reißen, um es zum Sinken zu bringen. Also nachdem ich dir das jetzt alles erzählt habe, kannst du dir vorstellen, dass das eine ziemliche Plackerei gewesen sein muss, dieses Ding zu navigieren. Ich setze es mal in Anführungszeichen. Du hast vielleicht ein Bild vor Augen. Ja, ich habe mir nebenbei so eine schematische Zeichnung angeguckt, die perfekt erklärt hat. Und demnach konnte ihm nur ein Mann mit außergewöhnlicher Stärke dieser Aufgabe gewachsen sein, die Bouchnell zu seinem eigenen Bedauern nicht erfüllte. Und so warb er den 27-jährigen Sergeant Ezra Lee an, der gerade von einem gefährlichen Einsatz gegen die im Hafen von New York liegende britische Flotte zurückgekehrt war. Also der setzt sich in dieses Ding, in dieses, ja, dieses Unterwasser-Gefängnis. Im Schutz der Dunkelheit steuerte Lee auf sein Ziel, also die Igel zu, musste aber schon bald feststellen, dass sich irgendjemand, den er wahrscheinlich mehrfach verflucht hat, mit den Gezeiten verrechnet hatte. Und so versuchte er sich über eine Stunde lang dem feindlichen Schiff zu nähern. Über Wasser natürlich noch. Was ihm schlussendlich gelang. Eine Stunde strampeln, drehen, kurbeln, was auch immer. Er tauchte tatsächlich unter das britische Flaggschiff und versuchte eben diese Schraube in diese Schiffsplanken zu bohren. Leider musste er dann feststellen, dass er auf die Eisenverstärkungen beim Steuerruder der Igel gestoßen war und die Schraube da halt nicht greifte. Inzwischen war halt auch der so starke und wagemutige Lee am Ende seiner Kräfte und es ging ihm allmählich die Luft aus und deswegen blieb ihm halt nichts anderes übrig, als sich in Sicherheit zu bringen. Dummerweise ist es bereits Tag geworden und so ist sein seltsames Gefährt halt von einem der Wachboote gesichtet worden, die ihre Runden um diese britische Flotte zogen. Dieses Wachboot hat sofort die Verfolgung aufgenommen und doch der Lee war noch so geistesgegenwärtig und ist also untergetaucht und hat diese Miene losgelöst, die vor den Augen der verblüfften Blaujacken explodiert ist. Also in taktischer Hinsicht war dieser Lee zwar gescheitert, aber er erzielte trotzdem einen großen strategischen Erfolg, denn die britische Flotte hob daraufhin die Blockade auf. Und die Welt hatte soeben den ersten U-Boot-Angriff in der Geschichte erlebt. Also wenn ihr dieses Bild, dieser Turtle vor euch habt, ist diese Geschichte gleich nochmal doppelt so absurd. Dieses Ding einfach, das kann man sich gar nicht vorstellen, wie dilettantisch das auch aus heutiger Sicht aussieht, aber es funktioniert. Ein dickes Holzfassei, ein einzelner Typ da drin, der sich zu Tode rackert, weil wenn man sich vorstellt, sich mit so Handkurbeln vorzubewegen, wie anstrengend das ist und vor allem, was das für eine unangenehme, sich wiederholende Anstrengung ist. Es ist halt nicht in ein Fahrrad reintreten oder so, sondern es ist mit der Hand irgendwie so kurbeln. Also nicht ergonomisch. Nein, sicher nicht. Ja, aber ich fand es echt kurios. Und es ging halt dann noch alles schief, was schief gehen kann. Murphy's Law. Und trotzdem war es ein Erfolg irgendwie. Ja, du hast ja die ganzen Entwürfe, von denen wir bislang so gehört haben, das waren ja alles Holzkonstruktionen, Holz und Leder und sowas. Das erste metallene Unterseeboot war die im Jahr 1800 im Auftrag der französischen Regierung gebaute und von dem Amerikaner Robert Fulton entworfene Nautilus. Und deren Rumpf bestand aus mit Kupferblech überzogenen Eisenspanten und der Auftrieb wurde mittels Pumpen reguliert. Bei Überwasserfahrt wurde die Nautilus mit einem Segel angetrieben und im Tauchgang mit einem handgekurbelten Propeller. Da waren wir wieder beim Antriebsproblem. Die war mit einer lösbaren Sprengladung bewaffnet und bei Versuchen im Hafen von Le Havre, Le Havre heißt doch eigentlich der Hafen, oder? Der Hafen, der Hafen. Im Hafen, der Hafen, blieb die Nautilus in einer Tiefe von 7,5 Metern eine Stunde lang unter Wasser. Immerhin. Auch hier gibt es ein Bild von der Entwurfszeichnung von der Nautilus. Am 18. Dezember 1850, also 50 Jahre später, ließ der bayerische Artillerieunteroffizier Wilhelm Bauer in Kiel das erste in Deutschland gebaute U-Boot, den sogenannten Brandtaucher zu Wasser. Da er den unter enormem Kostdruck bauen musste, hat er auf den Einbau von Tauchzellen verzichtet. Dummerweise. Und er wollte halt einfach das Boot durch Fluten von Wasser tauchen. Einfach Wasser reinlassen, auf gut Deutsch. Beim ersten Tauchversuch am 1. Februar 1851 in der Kieler Innerförde verschob sich jedoch der Ballast nach Achtern, wobei das geflutete Wasser ebenfalls ins Heck floss. Dumm gelaufen. Das Boot sagte daraufhin durch, ein weiteres Wasser drang durch die Nähte der Außenhaut und die Einstiegsluke. Und das Boot sank bis auf den Grund in sieben Metern Wassertiefe. Die dreiköpfige Besatzung, unter ihnen auch der Erbauer Wilhelm Bauer, wartete, bis der Innendruck so groß war wie der Außendruck, was wahrscheinlich schon eine enorme Beherrschung und Ruhe bedarf, öffnete dann die Einstiegsluke und trieb an die Oberfläche, wo sie gerettet wurde. Das ist ja das Prinzip, dass wenn man irgendwie mit dem Auto ins Wasser fährt, dass man halt wartet, also die Fenster runterdreht und wartet, bis das mit Wasser vollgelaufen ist, weil man sonst die Tür nicht aufkriegt. Der verunglückte Brandtaucher, der wurde erst im Jahr 1887 dann geborgen, also über 30 Jahre später und der steht heute im Militärhistorischen Museum der Bundeswehr in Dresden. Und ein Modell davon kann man sich auch im Deutschen Museum in München angucken. Und ein Modell des Bugs gibt es in Originalgröße im Kieler Schifffahrtsmuseum zu bewundern. Dann gibt es noch ein historisches Ereignis, und zwar die H.L. Hunley, auch als CSS Hunley bezeichnet, war eines von mehreren Kleinst-U-Booten, die während des amerikanischen Bürgerkriegs von der Südstaatenmarine gebaut wurde. Und das war das erste Unterwasserfahrzeug der Kriegsgeschichte, dem es gelang, ein feindliches Schiff tatsächlich zu versenken. Also nicht so wie die Turtle, die im Prinzip den Gegner ja nur erschreckt hat, sondern die haben es geschafft, es zu versenken. Also am 17. Februar 1864 griff die H.L. Hunley die USS Housa Tonic an, die als Teil einer Blockadeflotte der Nordstaatenmarine Fort Samter und die Hafenstadt Charleston in South Carolina abriegeln sollte. Das Kriegsschiff wurde tatsächlich versenkt, aber leider auch die H.L. Hunley. Die Jäge konnte erst 136 Jahre nach ihrem Verschwinden im Jahr 2000 geborgen werden. Das Boot sank aufgrund der durch die Explosion des eigenen Spirentorpedos hervorgerufenen tödlichen Verletzung der Besatzung. Ein Spirentorpedo, kannst du dir ungefähr vorstellen, was das ist? Also ein Spier ist halt ein Speer, also es ist halt ein sehr langer Fortsatz, an dessen Ende halt eine Sprengladung hängt. Das heißt, du musst also mit deinem Boot so nah ran an dein Ziel, wie ist dieser Speer oder dieser Fortsatz erlaubt. Und dann entweder verhakt sich dann diese Sprengladung oder klebt die dann fest und du machst dich aus dem Staub und es wird dann halt vom Boot aus über eine Zugleine oder sonst irgendwas gezündet. Und wie du dir vorstellen kannst, ist das nicht ganz ungefährlich für den Angreifer, wenn man es eben nicht schafft, rechtzeitig wegzukommen. Und so erging es auch der HL-Hanley, die es aber immerhin geschafft hat, den Gegner mit zu versenken. Das war den Insassen bestimmt ein schwacher Trost. Und jetzt fragst du dich natürlich, naja, nach so vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten der Ackerei, der Unterwasserackerei und des Kurbelns, wann denn nun das erste maschinengetriebene Unterseeboot auf den Plan kommt. Ja, du musst nicht länger warten. Das war im Jahr 1863. Und zwar war das das Unterseeboot Le Plangeur, das von der französischen Marine in Dienst gestellt wurde. Der Taucher. Ja, genau. Und der Entwurf geht auf einen Vorschlag des französischen Kapitäns Simeon Bourgeois zurück. Und der plante, die britische Seeherrschaft mit Hilfe von U-Booten zu brechen. Der Bau begann 1860 unter der Leitung des Marineingenieurs Charles Brun in Rochefort. Die erste Testfahrt fand 1863 statt. Die Plangeur war immerhin 43 Meter lang und verdrängte 426 Tonnen. Das Boot hatte eine Besatzung von zwölf Mann und die Besonderheit war eben der Antrieb. Und als Antriebsmittel diente Druckluft, die in einer Kolbenmaschine entspannt wurde. Die Druckluft wurde in 23 Behältern mit einem Gesamtvolumen von 153 Kubikmetern bei einem Druck von zwölf Bar vorgehalten. Die Drucklufttanks nahmen einen Großteil des Bootes ein und waren der Grund für ihre zu der Zeit sehr große Konstruktion. Weil die Druckluftmaschine gab immer eine Leistung von 80 PS an, 60 Kubikmetern. Das habe ich mich dann nämlich gefragt, zu dem Zeitalter waren ja eigentlich Dampfmaschinen so der Industriestandard. Aber eine Dampfmaschine in einem U-Boot ist halt schon problematisch. Von Größe und Betrieb und allem. Naja, vor allem die Hitze. Also du produzierst ja Abgase. Das U-Boot konnte immerhin bei einer Geschwindigkeit von 4 Knoten, also 7,5 kmh bis zu 5 nautische Meilen, also 9 Kilometer weit fahren. Und die Druckluft wurde auch genutzt, um die 53 Kubikmeter großen Ballasttanks auszublasen. Also da waren auch bereits Ballasttanks an Bord. Also dieses Problem mit dem Auftrieb hatte man da schon im Griff. Und die Bewaffnung bestand auch aus einem Spirentorpedo, auch nicht das Gelbe vom Ei. Und also dieser Spirentorpedo, der wurde übrigens erstmals im Sezessionskrieg eingesetzt und war halt eben, wie ich schon sagte, für das angreifende U-Boot nicht weniger gefährlich als für das angegriffene Schiff. Leider hatte die Plongeur halt eine sehr geringe Reichweite und war somit auf die Hilfe eines dampfgetriebenen Begleitschiffs angewiesen, welches das U-Boot mit Druckluft versorgen und in das Operationsgebiet schleppen sollte. Aber immerhin, ich meine, es hat einen Aktionsradius von, sagen wir mal, 4,5 Kilometern. Da muss ich auch wieder zurückkommen. Oder 9 Kilometer, in der Hoffnung, du versenkst das Ziel und dein Begleitschiff kann dich holen kommen. Irgendwie so, ne? 1865, nächste Station, die Submarine Explorer, war ein von dem deutschen Amerikaner Julius Kröhl gebautes U-Boot. Und da es das erste U-Boot war, das aus eigener Kraft wieder auftauchte, gilt es als das erste funktionsfähige U-Boot der Welt. Das erst 2001 identifizierte Wrack liegt heute am Nordstrand der unbewohnten Insel San Telmo, Panama. Und aufgrund der starken Korrosion ist eine Bergung leider nicht mehr möglich. Es liegt einfach so rum, da gibt es auch ein Bild von. Das Ding war 12 Meter lang, 30 Tonnen schwer, wurde mit Muskelkraft angetrieben. Und im Gegensatz zu anderen Modellen seiner Zeit besaß das Boot einen modernen stromlinienförmigen Rumpf und lag aufgrund seines massiven Kiels aus Schmiedeeisen sehr stabil im Wasser. Und das Boot hatte ein System von Ballastkammern für das Tauchen und Presslufttanks für das Auftauchen. Und außerdem wurde ein Druckausgleich ermöglicht, durch welchen mittels dreier Luken im Boden das Arbeiten auf dem Grund möglich war. Und die Atemluft war für vier Stunden vorhanden und es konnte 40 Meter tief tauchen. Das Fahrzeug hatte einen sehr fortschrittlichen Tauchmechanismus, der im Prinzip noch heute von modernen U-Booten genutzt wird. 1865. Haben die irgendwas damit Besonderes gemacht, dass sie im Grund was machen konnten? Das klingt ja fast schon so, als hätte man das für quasi zivile Zwecke einsetzen können. Ich weiß es gar nicht. Das habe ich jetzt gar nicht geguckt. Im Boden waren auf beiden Seiten drei Ventile aus Messing angebracht, die man von innen bedienen konnte. Und wenn man die geöffnet hat, gelangte halt mehr Wasser in die äußeren Tauchkörper der Doppelhülle. Und war die gewünschte Tiefe erreicht, schloss man die Ventile. Und wollte man auftauchen, wurde Luft aus einer Pressluftkammer in den Tauchkörper eingelassen. Und diese Luft wurde vor dem Tauchgang von einer kleinen Dampfmaschine in die abgedichteten Luftkammern gepresst. Also ganz klassischer Tauchmechanismus, wie man ihn heutzutage noch in U-Booten vorfindet. Und in vielen Generationen nach denen, die jetzt nach diesem. Am 26. November 1879 war der Stapellauf der Resurgium II, des ersten Unterseebootes mit Dampfantrieb. Und das wurde von dem Engländer Reverend George William Garrett im Auftrag der britischen Marine gebaut. Und der hatte eine Länge von 13,72 Metern, einen Durchmesser von 3 Metern und 30 Tonnen Gewicht und kostete 1538 Pfund. Was auch immer ihr mit dieser vollkommen sinnlosen Information anfangen könnt. Ich habe nicht mal nachgeguckt, was das Rezensionsbereinigt ist. Drei Besatzungsmitglieder an Bord, Propeller am Heck von der Dampfmaschine mit geschlossenem Kreislauf angetrieben und basierend auf dem Dampfspeicher des amerikanischen Erfinders Emil Lamb. Emil Lamb, also Lamb, wie das Lamb. Im aufgetauchten Zustand wurde der Dampfkessel beheizt und überhitzt der Dampf in Dampfspeicher gespeichert. Und zum Untertauchen musste das Feuer natürlich gelöscht und der Schornstein umgeklappt werden. Das Ding hat den Schornstein. Und mit dem gespeicherten Dampf sollte sich das U-Bertam bis zu vier Stunden mit einer Geschwindigkeit von zwei Knoten fortbewegen können. Und zwei Knoten ist halt echt nicht schnell. Also vier Knoten sind 7,5 kmh. Der kann sich auch treiben lassen. Ja, oder wenn ein bisschen Strömung in die falsche Richtung kommt, dann war es das. Dann bewegst du dich heute nicht irgendwo. Also der war zwar jetzt nicht sehr erfolgreich mit seinen Versuchen, dieser Garrett, aber er erweckte die Aufmerksamkeit des schwedischen Maschinengewehrerzeugers Thorsten Nordenfeld. Und der hat 1885 mit der Nordenfeld 1 sein erstes dampfgetriebenes Unterseeboot gebaut, das 61 Tonnen schwer war und als erstes mit dem sogenannten Whitehead-Torpedo ausgerüstet war, der aus einem innenliegenden Torpedora abgefeuert werden konnte. Ein kleiner Ausflug, wie gesagt, ich werde mich jetzt nicht lange mit Kriegsgeräten aufhalten, aber diese Torpedos waren dann doch ein ziemlich interessantes Ding. Also man muss sich vor allen Dingen vorstellen, dass das Abschießen von Torpedos eine extrem lästige Angelegenheit war für das Boot selbst, weil es natürlich extrem instabil wurde. Also die Stabilität war ein ganz großes Problem, das erst viele Jahre später wirklich gut gelöst wurde. Robert Whitehead war der Leiter einer Maschinenbaufirma im damals österreichischen Fium. Einer seiner größten Kunden war die österreichische Marine. Ja, die hatten eine Marine. Das Geniale an Whiteheads Torpedo war das sogenannte Geheimnis, in Anführungszeichen ein automatisches Tiefensteuergerät, das auf einem Druckventil basierte, dem eine auf die gewünschte Tiefe einstellbare Feder entgegen wirkte. Das konnte die Tiefe halten. Der hat, also 1875 hat er seine Torpedos mit gegenläufigen Propellern verbessert, damit sie besser aufrecht bleiben. Und 20 Jahre später hat er dann noch einen Kreisel eingesetzt, um genaues Richtungssteuern zu erreichen. Natürlich, also die Torpedos sind älter als deren Einsatz quasi in U-Booten. Diese Whitehead-Torpedos kamen eben bei einer zunehmenden Anzahl von Überwassertorpedobooten zum Einsatz und fanden bei zahlreichen Marinen der ganzen Welt reißenden Absatz. Also da ging es überhaupt gar nicht um U-Boote. Erst ab dem Bau dieser Nordenfeld 1, und deswegen habe ich dieses U-Boot erwähnt, war die Verbindung von Unterseebooten und Torpedos unvermeidlich. Und der Kurs war eben vorgegeben, um dann mit dieser Waffe das Potenzial des Unterseeboots in einem, wie es heißt, verblüffendem Ausmaß für die Seekriegsführung zu erschließen. Ja, also diese Hochzeit zwischen ehemals für Überwasser Torpedoboote eingesetzten Torpedos und einem Unterseeboot wurde eben dieser Nordenfeld 1 1885 vollzogen. Finde ich faszinierend gerade. Ich gucke mir gerade auch noch ein paar Schnittbilder und sowas davon an, so Zeitendiagramme. Und man kennt ja so die typische Torpedoform, so ein langgezogener Zylinder, und hinten ist dann quasi so ein Antrieb dran mit den Propellern und so einem Leitwerk. Und wenn man denkt, so locker, so die Hälfte des Volumens von so einem Torpedo ist halt nur der Drucklufttank. Man würde jetzt denken, das Ding ist irgendwie vollgepackt mit Sprengstoff oder was weiß ich, aber es ist nur der Drucklufttank, der quasi den eigentlichen Antrieb darstellt, zumindest bei diesen alten klassischen Torpedos. Keine Ahnung, wie das heutzutage ist, bestimmt Atelierien und elektrischen, weiß ich nicht was, aber was ich jetzt nicht in meinen Aufzeichnungen habe, was ich aber behalten habe, weil ich so interessant fand, ist natürlich der Fakt, dass du als Torpedo abschießendes U-Boot sehr gut daran tust, das vom Torpedo hinterlassene Loch im Sinne von Luft sehr schnell mit Wasser zu füllen, damit dein U-Boot halt nicht wie soll ich sagen, dass dein U-Boot halt nicht auf Kurs bleibt oder halt nicht irgendwie ins Schlingeln gerät. Und das hatten sie halt lange Zeit nicht im Griff. Also dieses Rohr wurde ja geflutet, aber du musst das Volumen des Torpedos quasi sofort und möglichst schnell ausgleichen, damit du halt nicht anfängst zu kippen. Damit du nicht anfängst zu kippen. Und die U-Boot damals waren halt nicht so riesig, als dass ich das nicht ausgewirkt hätte. Also es war wohl eine ziemlich bockige Angelegenheit, einen Torpedo abzuschießen. Auch sehr ungenau, lange Zeit ist, also da gibt es, würde jetzt auch zu weit führen. Also die Torpedo-Entwicklung an sich finde ich hochinteressant. Ja, aber um das geht es ja heute nicht. Ich habe versprochen, es geht nicht viel um Kriegsgerät. Die Jume Nord, was französisch sinngemäß für den Zittal steht, war 1888 nach der Plongeur, das zweite U-Boot der französischen Marine. Und genau wie die etwa zur selben Zeit gebaute und getestete spanische Peral war das Boot mit dem damals neuartigen Elektromotor ausgestattet. 1888. Wir sind immer noch im 19. Jahrhundert. Also das fand ich so unfassbar. Beide Schiffe waren die ersten einsatzfähigen elektrisch angetriebenen U-Boote der Welt. 17,8 Meter lange Einhüllenboot, also die Plongeur, äh, die Jume Nord, verdrängte getaucht 31 Tonnen. Die von 400, Entschuldigung, 564 Blei-Akkumulatoren gespeiste elektrische Hauptmaschine gab eine Leistung von 55 PS an einen Verstellpropeller ab. Und das Boot erreichte aufgetaucht eine Höchstgeschwindigkeit von mehr als 7 Knoten, immerhin 13 kmh. Und, ähm, leider aufgrund des hohen Strömungswiderstandes unter Wasser lediglich eine Geschwindigkeit von etwas mehr als 4 Knoten, ungefähr 8 kmh. Reichweite immerhin über Wasser, 65 Seemeilen, 120 km, getaucht, 25 Seemeilen, 46 km. Nicht schlecht. Ja. Weißt du was, wie sie es dann mit der Luft gemacht haben zu dem Zeitpunkt? Also wir haben jetzt einen elektrischen Antrieb. Kommen wir noch zu. Okay. Also ich habe das mit der Luft so ein bisschen nachgestellt, weil, ähm, sagen wir mal so, bis zu dem Zeitpunkt war das ganz klassische Auftauchen, Luft schnappen, abtauchen. Ja, aber da habe ich noch mal ein bisschen was rausgesucht, wie sich das entwickelt hat. Äh, es gab aber noch eine Neuerung an Bord der Gymnode und auch an Bord der Peral und zwar, ähm, das Periskop. Hm. Ähm, das Periskop oder Seerohr nicht zu verwechseln mit Seerohr. Also Seerohr mit S-E-H im Sinne von Sehen nicht, äh, wie die See. Ja. Äh, vereinfacht auch Wallgucker ist ein optisches Instrument zur parallelen Verschiebung des Strahlengangs. Die Erfindung geht zurück auf Johannes Hevelius, der sie 1647 in seinem Druckwerk Selenographia Sive Lunae Descriptio unter dem Namen Polemoskop veröffentlichte. Und Captain Arthur Krebs 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 adaptierte 1888 und 89 zwei feste Periskope auf dem französischen Versuchs unter Sebot Chimnode. Fest stehend. Der spanische Erfinder Isaac Peral also eben dieses, naja, Schwester U-Boot kann man nicht sagen, Konkurrenz-U-Boot rüstete sein U-Boot ebenfalls mit einem festen, nicht einziehbaren Periskop aus. Und naja, wie so ein Periskop funktioniert, glaube ich, muss ich nicht groß erklären. Über Umlenkspiegel kann man halt unten reingucken und oben rausgucken. Ja, super. Man kann über Mauern weggucken oder über den Deswegen heißt es auch Wallgucker. Peral entwickelte übrigens auch ein primitives Gyroskop für die U-Boot-Navigation und leistete Pionierarbeit bei der Fähigkeit, Torpedos abzufeuern, während er untergetaucht war. Aber es ist nur eine Randnotiz, dass diese Peral da noch ein bisschen zusätzlich was geleistet hat. Die Erfindung des zusammenklappbaren Periskops für den Einsatz in der U-Boot-Kriegsführung wird gewöhnlich Simon Lake 1902 zugeschrieben. Lake nannte sein Gerät das Omniskop oder Skalomniskop. Also das war nur wenige Jahre später, also drei Jahre später hat er das gefunden. John Philip Holland, ein amerikanischer Lehrer, irischer Abstammung und genialer Erfinder, war den Engländern feindlich gesinnt und von der Idee besessen, Unterseeboote zur idealen Angriffswaffe gegen die verhasste königliche britische Marine zu machen. Sein erstes U-Boot, die Holland I, wurde 1877, also wir machen jetzt einen kurzen Zeitsprung zurück, bei Albany City Ironworks in Albany gebaut und obwohl der Motor viel zu klein war, hat das Ding bei Testfahrten überzeugt. Also die Fenier, das ist eine Geheimorganisation ethnischer Iren, die für den irischen Unabhängigkeitskampf gegründet wurde. Feniers, ich weiß, wie man es ausspricht. Als zweites Boot entstand die Fenienram, also daher auch der Name, chronologisch auch als Holland II bekannt und die wurde am 3. Mai 1879 bei Delamater Ironworks in New York auf Kiel gelegt und lief im April 1881 vom Stapel und dieses zigarrenförmige Boot verdrängte schon 19 Tonnen und war mit einer Druckluftkanone ausgestattet. Das Geschütz war also modernen Torpedo Ausstoßrohr nicht ganz unähnlich und verschoss Projektile auf rund 50 Meter. Die entscheidende Neuerung des Konzepts war aber, dass das Boot die untertauchende Kraft nicht wie bei den bisherigen Entwürfen rein von Ballasttanks bereitgestellt bekommen hat, sondern es besaß beim Tauchen einen leicht statischen Auftrieb. Und somit ist es lediglich dann abgetaucht, in dem tiefen Ruder dem Boot beim Vorwärtsbewegen einen dynamischen Abtrieb gaben. Also somit die Kombination von dem, was damals dieses Boot auf der Temse gemacht hat und klassischen Ballasttanks. Ist es ein Tiefen Ruder sowas dann wie so ein Flugzeugflügel? Ja, ganz genau das Gleiche. Exakt das Gleiche. Nur quasi umgedreht, dass es nicht nach oben drückt, sondern nach unten. Ja. Holland hat insgesamt fünf Prototypen gebaut und hat viel Lehrgeld gezahlt, ging aber Ende des 19. Jahrhunderts schließlich als der Vater des modernen Unterseeboots hervor. Und die USS Holland war sein sechstes U-Boot, war 1897, und jetzt sind wir wieder chronologisch richtig, also nach den französischen, nach der Gymnode, 1897 war das erste U-Boot, das offiziell von den Vereinigten Staaten in Dienst genommen wurde. So, und jetzt machen wir eine kurze Pause und jetzt lässt einmal Revue passieren, was jetzt alles in einem Jahrhundert erfunden wurde. Wir sind jetzt immer noch im 19. Jahrhundert und es ist alles da, wo es ein U-Boot braucht. Das finde ich voll krass. Du hast deine Ballasttanks, du hast einen Periskop, du hast einen Tiefenruder, du hast einen maschinellen Antrieb und du hast Torpedos. Perfekt. 1897. Ja, alles da und alles, ja, ich meine, kurz vor 1900, aber es ist irgendwie, ja, in meinem Kopf eigentlich erst so 40, 50 Jahre später so richtig alles zusammengekommen. Weil, das ist damals schon quasi. Weil, also, just in time quasi für den Ersten Weltkrieg. und das heißt also, diese im Laufe eines guten Jahrhunderts entwickelten U-Boot-Techniken wurden halt zunehmend verbessert und gipfelten dann im Seekrieg des Ersten Weltkriegs und das war mir nicht bewusst, welche Ausmaße der Seekrieg des Ersten Weltkriegs bereits hatte. Ein Beispiel, wie gesagt, ich halte mich mit solchen Zahlen zurück, aber ich finde es verdeutlicht ungemein, welche Rolle U-Boote im Ersten Weltkrieg geführt haben, äh, gehabt haben. Insgesamt versenkten 380 in Dienst gestellte deutsche U-Boote, also nur deutsche U-Boote, neben vielen Kriegsschiffen 5.554 alliierte und neutrale Handelsschiffe mit 12.191.996 Bruttoregistertonnen. Die es gab schon quasi schon im Ersten Weltkrieg einen von den Deutschen ausgehenden U-Boote. Und zwar massiv und wie wir gleich hören werden massiver als im Zweiten. Die Erklärung dafür kann ich dir aber auch liefern. Die kaiserliche Marine verlor 187 was nix ist von den 380. Die deutschen U-Boote konnten 38% der britischen Handelstonage von 1914 versenken. 7,75 Millionen Tonnen. Das U-Boot U-35 versenkte alleine 224 Handelsschiffe und zwei Kriegsschiffe und ist damit vermutlich das erfolgreichste Kriegsschiff der Weltgeschichte im Ersten Weltkrieg 1914 bis 1918. Wir machen jetzt einen gewaltigen Sprung geschichtlich weil sich tatsächlich in der Entwicklung der U-Boote während der beiden Weltkriege nichts bahnbrechend Neues getan hat. Also alles was jetzt noch im Ersten zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkriegs entwickelt wurde war hauptsächlich Waffen und Aufklärungstechnik und darüber möchte ich mich jetzt nicht auslassen. Natürlich wurden die Torpedos verbessert, natürlich wurden die Methoden verbessert die Torpedos zu steuern, Periskope, Radar, Wasserbomben, whatever, spielt jetzt keine Rolle. Im Zweiten Weltkrieg wurden auf deutscher Seite 3.274 Einsätze von 320 Booten durchgeführt waren, also ein bisschen weniger und denen sind 6.394 zivile Schiffe mit insgesamt knapp 12 Millionen Bruttoregistertonnen und außerdem 100 Kriegsschiffe mit 370 Tonnen zum Opfer gefallen. Im U-Boot-Krieg starben aber auf deutscher Seite immerhin 5.132 Mann und 200 U-Boote sanken oder galten als verschollen und der Grund warum der U-Boot-Krieg im Zweiten Weltkrieg etwas kleiner erscheint oder etwas weniger erfolgreich lag halt einfach an den Abwehr Maßnahmen die infolge des Ersten Weltkriegs entwickelt wurden. Also die Seemächte voran natürlich die Briten haben natürlich schon festgestellt welche unglaubliche Bedrohung die U-Boote darstellen und das hat sie auch einiges gekostet und haben natürlich dann auch Abwehrtechnik eingeführt von Begleit von Geleitzügen ihrer Handelsschiffe das war so die wirksamste Methode natürlich Wasserbomben Sonar und also Zeug wo sie U-Boote besser orten konnten haben Flugzeuge eingesetzt zur Aufklärung um U-Boote die aufgetaucht schwammen frühzeitig erkennen zu können und 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 lange Rede kurzer Sinn natürlich haben die auch noch jede Menge Zerstörung für jede Menge Zerstörung gesorgt aber im Vergleich und das hat mich echt erstaunt zum ersten Weltkrieg war es dann schon noch ein Zacken weniger ja jetzt wie gesagt so die großen technischen Neuerungen sind erstmal durch und jetzt dachte ich mir behandeln wir noch so ein paar grundlegende Fragen des U-Booteinsatzes du hast vorhin auch mal so die Luftversorgung angeschnitten grundsätzlich habe ich mir natürlich so die Frage gestellt und irgendwie kam das in diesen ganzen Ausführungen gar nicht so sehr zur Sprache ja wie tief kann denn jetzt so ein U-Boot eigentlich tauchen und das da ist es so dass so die maximale Tauchtiefe der U-Boote die im ersten und zweiten Weltkrieg zum Einsatz kam lag nur zwischen 150 und 200 Metern so die die Zerstörtiefe also die wo sie irreparablen Schaden nehmen ab Werk war so bei 250 aber es ist schon noch tiefer als ich gedacht habe ich habe jetzt gedacht naja man muss ja nicht super weit unter die Wasseroberfläche bis man nicht mehr gesehen wird keine Ahnung 20 Meter 30 Meter ich fand es wenig weil also wenn man sich jetzt moderne militäre Schuhboote anguckt die halten mittlerweile im Wasserdruck von 600 Metern Tiefe Stand aber deswegen fand ich das auch so so wenig in Anbetracht der Tiefe unserer Ozeane bedeutet das dass sie eigentlich knapp unter der Wasseroberfläche rumschwimmen ja gut ja andersrum wenn ich mir vorstelle in so einem U-Boot zu sein und über mir sind jetzt mehrere hundert Meter Wasser bis zu 600 Meter Wasser über mir ich glaube das muss der ausblenden ich glaube auch ein bisschen beklemmend und auch wenn du so vorstellst du hast so ein guckst auf so ein Meer raus und irgendwo quasi 600 Meter tief ist einfach so eine Metallröhre voller Leute die da rum treibt und rumfährt schon schon ein bisschen gespenstisch finde ich ja ich glaube auch dass dass es heutzutage in U-Booten wesentlich leichter auszuhalten ist als früher also jeder von euch der schon mal das Boot gesehen hat oder vielleicht sogar schon mal drin war in den Bavaria Film Studios kann sich vorstellen wie krass das gewesen sein muss mit etlichen anderen Besatzungsmitgliedern auf engstem Raum da eingepfercht zu sein wie das Herr Roch kann man sich auch vorstellen wenn man die Bilder sieht mittlerweile also sowjetische Atomobote besaßen Druckkörper aus Titan und waren in der Lage ca. 900 Meter tief zu tauchen U-Schiffe des Typs Projekt 685 das ist ein russischer Bautyp kamen angeblich sogar unter 1200 Meter spezielle zivile Tiefsee-U-Boote sind aber mittlerweile in der Lage jeden Punkt des Meeresbodens zu erreichen also auch 10.000 Meter die sind jetzt aber auch nicht auf Unterwasserkriegsführung ausgelegt sondern eigentlich nur auf Erforschung eine Erfindung habe ich noch ein bisschen unterschlagen eigentlich hauptsächlich deswegen weil sie erst Anfang des Zweiten Weltkriegs so ein bisschen en vogue wurde und zwar der sogenannte Urutschnorchel der wurde von den Italienern kurz nach dem Ersten Weltkrieg erfunden und das Wort ist eine moderne Bildung des 20. Jahrhunderts in Anleitung an Norddeutsch Schnorkel das so viel heißt wie Nase Mund Schnauze und Schnorkeln laut durch die Nase atmen den Nasenschleim hochziehen das Wort ist da Internationalismus und es wurden viele andere Sprachen wie Englisch Snorkel oder Finnisch Sonorkeli oder auch Japanisch Shunokeru übernommen Ich weiß nicht ob ich es richtig ausgesprochen habe Und das ist wann kam das Wort? Das war nach dem Ersten kurz Hätte ich auch nicht gewusst dass das Wort Schnorkel und deren quasi die Verwendung davon in diesem Kontext gerade 100 Jahre alt ist In diesem Buch habe ich gelesen dass es ein schwedischer Erfinder namens Schnorkel war der das erfunden hat ich habe aber keine Belege dafür gefunden und habe dem somit keinen Glauben geschenkt das klang zu gut um wahr zu sein Damit war halt eine Methode gefunden um ein Rohr über ein Rohr Luft in das Innere des Unterseeboots zu saugen was die Luftversorgung primär der Dieselmotoren bei Fahrt in Seerohrtiefe ermöglichte Früher war es halt so in dem Moment wo die untertauchten mussten die auf elektrischen Antrieb umschalten und die Deutschen haben halt diese Idee dann 1944 wieder aufgegriffen und haben das System perfektioniert also nach dem Krieg waren die alliierten Kräfte hocherfreut als sie die Kriegsbeute untereinander aufteilten und natürlich die technisch weit fortgeschrittenen U-Boote der deutschen Wehrmacht zerlegen konnten um die ganzen Konstruktionen unter anderem die des Schnorchels für ihre eigenen Zwecke einzusetzen Apropos Luft ja du hast mich ja mal gefragt wie um alles in der Welt klappt das denn mit der Luftversorgung da unten ja so ein kleiner Exkurs zum Thema Luftversorgung natürlich klar nachdem die Außenluken zur Tauchfahrt geschlossen wurden wird halt mit jedem Atemzug von der Besatzung im Bootsinneren Kohlendioxid freigesetzt und Sauerstoff verbraucht und also muss man halt in Folge Sauerstoff zufügen und Kohlendioxid wegnehmen so ein bisschen das was du auch in der ISS ja genau nur dass die ISS dann 100 Jahre später das Problem gelöst hat natürlich klar also fand ich auch interessant abhängig von Luftraum im Bootsinneren natürlich der Personenzahlen und ihrer körperlichen Aktivität steigt der CO2-Gehalt der Atemluft binnen einiger Stunden von der heutigen Außenluftkonzentration die etwa 0,04% enthält auf noch akzeptable 1 bis 1,5% Kohlendioxid und in etwa der doppelten Zeit sinkt der Sauerstoff der Luft Sauerstoffgehalt der Luft von anfänglich 21 auf noch akzeptable 17% und eine noch höhere CO2-Konzentration von 4% kann nur kurzfristig ertragen werden und 5% sind giftig das heißt also ohne Lufterneuerung wird halt nach einigen Stunden die Zuführung von Frischluft durchdurchlüften oder eine maschinelle Vorrichtung notwendig welche die Außenluftmitte in der Luft des Bootes austauscht und ansonsten muss man halt um eine Vergiftung der Person an Bord zu vermeiden nach einiger Zeit Filter eingesetzt werden die das CO2-Gas bilden und neben konventionellen Filtern die mit der Zeit an Wirkung verlieren bieten moderne Systeme einen Kreislauf zur kontinuierlichen CO2-Reinigung die sogenannten Scrubber-Systeme da wird erwärmtes Monoethanolamin eingesetzt um das CO2 aus der Luft zu binden und es in einen geschlossenen Tank zu transportieren wo es beim Abkühlen des Monoethanolamins wieder freigesetzt wird und so vermute ich an das umgebende Meerwasser abgegeben Ja in der ISS hat man das dann quasi nach draußen gelüftet ins Welt Der Sauerstoff der von der Besatzung und den Passagieren eines U-Boots im Tauchbetrieb benötigt wird muss halt zusätzlich mit an Bord geführt oder erzeugt werden Kannst du dich noch an den Cornelius Jakobson Drebbel erinnern das war der Typ der auf der Temse sein Tauchboot hat fahren lassen 16 oder 20 der hatte bereits die Ideen den Sauerstoff zu ergänzen indem er Kaliumnitrat verwendete bei dessen Erhitzung Sauerstoff freigesetzt wird ist heute eher unüblich heute ist das Mitführen eines zusätzlichen Vorrats von Sauerstoff in Gasflaschen üblich lässt sich ein bisschen besser dosieren als erhitztes Kaliumnitrat und Spaltung von Wasser nutzt man das hast du da was von Ja kommen wir gleich zu Luft Erneuerungsanlagen kamen 1900 auf das erste U-Boot der Kaiserlichen Marine das SMU1 verfügte eine Luft Erneuerungsanlage vom Trägerwerk Lübeck Träger hatte geschlossene Artenschutzgeräte für den Bergbau entwickelt und das hier verwendete Prinzip wurde auf Räume wie das Innere eines U-Boots übertragen und auch die folgenden U-Boote und spätere waren mit Trägersystem ausgerüstet auch andere Luftverunreinigungen wie Dämpfe Gerüche Fette müssen natürlich rausgefiltert werden und eine weitere Methode kann hier auch die Aufspaltung unerwünschte Moleküle in der Atemluft in Anlagen zur katalytischen Verbrennung sein die jedoch wiederum Sauerstoff verbrauchen du hast mich gerade gefragt nach Sauerstoff Erzeugung da kommen wir zu einem Meilenstein nach dem Zweiten Weltkrieg am 21. Januar 1954 lief in den USA ein besonderes U-Boot vom Stapel rat mal welches das war muss ich nicht den Namen wissen aber kannst du dir vorstellen welche technologische Errungenschaft das erste Atom-U-Boot richtig und das die Nautilus richtig das habe ich nämlich vorhin als ich die anderen Nautilus mir angucken habe ich mir das Atom-U-Boot angeguckt das sieht viel zu modern aus für das was du gerade erzählst es war das erste Atom-U-Boot der Welt die USS Nautilus mit einer Wasserverdrängung von 4157 Tonnen und 57 Metern Länge also fast ein Fußballfeld war sie bei weitem das größte U-Boot das zur damaligen Zeit gebaut wurde bei Atom-U-Booten werden als Hauptantriebsmaschinen eben Dampfturbinen eingesetzt der Dampf wird wiederum von einem Kernreaktor erzeugt und für Manöverfahrten kann oft auch ein elektrisch betriebener Hilfsantrieb auf die Propellerwelle gekoppelt werden und Hilfsdampfturbinen erzeugen über Generatoren Strom der wiederum der Versorgung der elektrotechnischen Einrichtung dient und dadurch die Elektrolyse auch Sauerstoff sowie Trinkwasser aus dem Meerwasser gewonnen werden kann können U-Boote mit Nuklearantrieb monatelang unter Wasser bleiben was ich krass finde das heißt man muss nur Essen mitnehmen alles andere kann man quasi Energie erzeugen genau irgendwann habe ich meinen Satz gelesen da ging es irgendwie so darum ja so quasi im Zeitalter der Atom-U-Boote ist der limitierende Faktor nicht mehr die Technik sondern die Moral der Besatzung kann man sich ja vorstellen obwohl die schon deutlich geräumiger sind natürlich als ja aber wenn man sich vorstellt in so einem U-Boot was möglicherweise auch noch wirklich sehr lange taucht das heißt nicht mal mehr mal an Deck gehen und Luft sehen selbst wenn das quasi nur ein kleiner Bereich ist aber dass man keine Ahnung eine halbe Stunde am Tag mal in den Himmel gucken kann nichts dergleichen das ist schon das ist schon krass glaube ich ja ich hab ich hab auch mal in den Shownotes verlinkt so ein Video von wo es so ein ja was so Testfahrt eines der modernsten deutschen U-Boote also ist ja nach wie vor ein Exportschlager nachdem es Deutschland zwischenzeitlich ja wieder erlaubt ist U-Boote zu bauen so eine Testfahrt begleitet wird da ist halt wahnsinnig viel Elektronik an Bord geradezu luxuriös anmutendes Interieur ja im Vergleich zu den zur U-96 damals also das ist schon Hightech was die da an Bord haben in jederlei Hinsicht wie gesagt also alleine in Bezug auf die Entwicklung von Kampfmitteln und Waffensystemen ist absolut irre was sich da getan hat und dadurch dass die Atomobote einfach nahezu unbegrenzt unter Wasser bleiben können und auch halt Interkontinentalraketen an Bord haben hast du damit eigentlich die einzige friedenssichernde Maßnahme die du brauchst wie es so schön heißt Friedenssicherung heißt es heutzutage ja ist schon enorm ich frage mich ob man dann trotzdem heute schon diese U-Boote selbst wenn die in 600 Metern Tiefe rumfahren ob die anderen Länder quasi wissen wo diese U-Boote sind oder ob es immer noch diesen Faktor gibt dass wir wissen dass es dass es die U-Boote gibt aber wir haben keine Ahnung wo sie gerade sind wenn sie uns das nicht selber sagen ich glaube eher letztes also weil die sind mittlerweile so auf Tarnung spezialisiert dass die nahezu unortbar sind es sei denn du kannst da direkt so nah drauf richten und kriegst halt ein Echo das aussieht wie ein U-Boden ich glaube selbst da gibt es mittlerweile Abwehrmechanismen die das U-Boot dann verschleiern also da habe ich auch schon Dinge gelesen es gibt noch eine Neuerung die ich erwähnenswert fand und zwar war das 1995 und zwar gab es da schwedische U-Boote der sogenannten Gotland Klasse und das sind die ersten U-Boote weltweit die mit einem außenluftunabhängigen Stirling-Motor ausgerüstet sind und der dehnt die Dauer ihrer Unterwasserfahrt eben auch von einigen Tagen auf einige Wochen aus und über die Fähigkeit verfügen bislang eben nur Atom-U-Boote also bis 1995 der gilt das System gilt als vibrationsfrei leise und praktisch nicht zu orten und Stirling-Motoren funktionieren aufgrund eines Temperaturgradienten und daher wird kein Abgas produziert und muss auch nicht ausgestoßen werden und ich habe keine Ahnung wie ein Stirling-Motor funktioniert ich kenne das nur als so ein Ding was sich so Leute auf ihre Schreibtische stellen und dann macht man quasi unter so einem Glaszylinder eine Kerze und das ist quasi man fügt quasi nur Wärme dem System zu und dann fängt an sich so ein Ding zu drehen aber ich habe immer gehört dass die Teile ineffizient seien und man das deswegen nicht wirklich einsetzt aber da haben sie wohl mit Ingenieurskunst diese Ineffizienzen überwunden so dass man das praktisch tatsächlich einsetzen kann ja und nachdem ich jetzt hier so durchgepeitscht bin in locker flockigen einer Stunde 20 Minuten durch die Geschichte der U-Boot-Entwicklung muss ich auch irgendwo mal einen Schluss Strich ziehen natürlich gäbe es da noch einiges zu Interessantes zu beleuchten es gibt auch so in diesem Buch gab es ein ganz ausführliches Kapitel da ging es um U-Boot-Rettung also wie man Leute aus havarierten U-Booten retten kann und die Erfindungen die da gemacht wurden es ging natürlich auch noch in einem naja das war dann aber eher schon fast den Charakter eines Anhangs um Forschungs U-Boote die Triest und wie sie alle heißen die halt bis in die tiefste Tiefsee vordringen können und so aber all das wenn man es runterbricht wenn es darum geht also wie funktioniert ein U-Boot dann glaube ich haben wir jetzt so ziemlich alle Techniken kennengelernt die es halt braucht um so ein U-Boot funktionieren zu lassen und sei denn ich habe jetzt irgendwas nicht beleuchtet was du beleuchtet haben wolltest nee nee ich glaube was mich was ich besonders spannend finde ist halt auch dieser was wir so kurz berührt haben dieses moralische dabei also dieses nicht die Moral der Kriegsführung das ist noch ein eigenes Thema aber dieses Gefühl in so einer Stahlröhre zu sein ich bin hier auf das Thema gekommen weil ich bei der Recherche für die ISS halt darüber nachgedacht habe wie das so ist in dieser Raumkapsel zu hängen in diesem ungefähr Fußballfeld großen Konstruktion die da um die Welt rast wo ich habe jetzt sogar schon vergessen wie viele Leute sechs Leute permanent sind also eine überschaubare Anzahl von Menschen auf sehr kleinem Raum die da halt auch echt nicht weg können und um sie herum ist halt nur lebensfeindlich und dann habe ich gedacht in den U-Booten ist es ja auch so nur dass U-Boote viel mehr Leute betrifft also die die Marine und die die Seefahrer in U-Booten sind ja zahlenmäßig einfach so viel mehr als Astronauten aber auch die sind ja in irgendwelchen kleinen Stahlröhren in einer Umgebung wo ja sie einfach nicht außerhalb überleben können ja also ich habe also wenn du mich jetzt fragen würdest vor 75 Jahren 75, 80 Jahren hätte ich mich niemals niemals um viel Geld in so ein Ding begeben heute würde ich mal mitfahren also die modernen U-Boote die haben auch so eine die haben tatsächlich auch Annehmlichkeiten an Bord und ein Satz den ich halt gelesen habe der einzige Grund warum halt jetzt so ein U-Boot auftaucht ist wenn die Mannschaft alle Filme gesehen hat und das spiegelt also da gibt es halt Mannschaftsquartiere da gibt es halt eine Kantine da gibt es also natürlich jetzt alles nicht ausladend kathedralenförmig aber ich sage mal angenehm ausladend so dass man sich da halt jetzt nicht ständig eingeengt fühlt und so ein Interview also ich habe ja wie gesagt da ging es um diese Fahrt mit diesem hochmodernen deutschen U-Boot da meinte der Käpt'n auch irgendwie so das nimmst du nicht mehr wahr also das ist wie Busfahren also das das hast du gar nicht mehr also das dieses Gefühl jetzt irgendwie Tonnen von Wasser über dir zu haben das das verflüchtigt sich auch und ich glaube früher war das natürlich noch anders auch die Geräuschübertragung ins Innere und vom Inneren ins Äußere mittlerweile sind die ja entkoppelt und so weiter also früher war das sicher viel viel beengender und viel beängstigender und was ich halt so krass fand dass ich halt sicher auch Sachen gelesen habe von Assen aus dem aus dem ersten Weltkrieg also wurden ja die U-Boot Kapitäne genannt die die halt besonders viele Abschüsse zu verzeichnen hatten dass die halt dann auch im zweiten Weltkrieg wieder zurückkehrten um U-Boote zu besetzen und auch bei der Weiterentwicklung zu helfen und dann denke ich mir mein Gott was sind das was sind das für Menschen gewesen die sich dann nach den Strapazen des ersten Weltkriegs dann wieder freiwillig in so eine Zigarrenkiste setzen ja ich weiß nicht ich würde auch mal wenn ich irgendwie mitfahren ich würde wahrscheinlich noch eher da mitfahren als auf die ISS weil auch das Einsteigen und Aussteigen bequemer ist ja und nicht einen mehrstündigen Flug in einer winzigen Kampsel mit mehrere Gs Beschleunigung ja aber trotzdem wenn man sich vorstellt in einem Bus kann ich ja selbst wenn es ist wie Busfahren in einem Bus kann ich ja trotzdem irgendwann aussteigen und da kann ich ja trotzdem quasi diesen Drang dass man einfach man kann einfach rausgehen und losrennen wenn man möchte selbst wenn man es nicht ständig macht aber man hat so man hat so die Sicherheit ich kann jetzt einfach mich hier mal bewregen aber da bin ich in so einer Stahlröhre und da komme ich jetzt für Wochen erstmal nicht raus bis halt die Mission rum ist was auch immer man da gerade macht das was mich noch interessiert hätte wäre so du sagst ja man kann jeden Punkt jetzt mittlerweile erreichen Forschungs-U-Booten aber wie tief ist denn das sind das immer noch diese 8000 Meter die ich mal irgendwann aufgeschnappt habe nee 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 10.000 Marianengraben ist glaube ich der tiefste Punkt genau und der ist der Marianengraben ist Moment 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 etwa 11.000 Meter und so tief war man dann auch und soweit ich mich entsinnen kann Erforschung Erforschung genau ne 1960 Schweizer Jacques Picard US-Amerikaner Don Walsh Tauchboot Trieste 10.916 Meter 2012 drang James Cameron genau das ist der Ubo Deep Sea Challenger zum tiefsten Punkt des Meeres vor der hat dort drei stundenlang Daten gesammelt und filmte die Tiefsee Welt auf knapp 11.000 Meter das ist halt noch das andere was ich weiß über das das Tauchen das ist der James Cameron wenn er nicht Filme filmt dann taucht er dann taucht er und unter großem Aufwand macht er baut er halt Forschungs-U-Boote und fährt dann selber damit runter und so ja also schon krass und das sind ja noch kleinere Röhren das sind ja keine bequemen Röhren mehr nee das sind die sind halt wirklich darauf ausgelegt diesem enormen Wasserdruckstand zu halten also die gesamte Konstruktion da muss man sich so ein bisschen was einfallen lassen und sicher nicht nichts für Menschen die an Klaustrophobie leiden weil da unten scheint ja auch keine Sonne ja also das das ist schon etwas für hartgesotten also das das wäre für mich glaube ich sogar noch schrecklich das klingt jetzt vielleicht doof also wenn ich wenn ich quasi in die Finsternis hinabtauche und ich weiß jetzt auch nicht mal wie viele Metern das Sonnenlicht komplett geschluckt wird dann will ich aber auch gar nichts mehr sehen also dann will ich aber auch nicht mehr sehen dass dann nichts ist ja dann will ich von von mehreren Metern dickem Stahl umgeben sein und einfach so tun als würde ich Bus fahren ja also dann will ich das auch nicht mitkriegen und deswegen hätte ich jetzt kein Problem in so eine geschlossene geschlossenes U-Boot einzusteigen aber wahrscheinlich ein großes Problem in so ein Tiefsee in so ein Tiefseefahrzeug zu steigen das irgendwie Fenster hat und da irgendwie 10.000 Meter tief und da in das Nichts hinabsinken und du weißt halt wenn jetzt irgend irgendein Ingenieur Mist gebaut hat ist halt ist halt vorbei dann tja ja ich glaube ich habe auch innerhalb einer einer Nanosekunde ja ist dann sehr schnell sehr schlecht alles ich habe auch so die so eine komische urtümliche Angst vor der Tiefsee habe ich auf jeden Fall mehr als irgendwie vor vor Höhen oder alles was quasi oberirdisch ist aber dieser dieser Gedanke wirklich an einfach diese Tiefe des Meeres und was da ist und selbst wenn es eigentlich alles harmlos ist ist für mich also das finde ich schon noch gruselig es ich finde es ja faszinierend ich meine die unwirtlichsten Orte für den Menschen also die Tiefsee und das Weltall üben mich die größte Faszination auf den Menschen aus mich natürlich eingeschlossen also mich fasziniert die Tiefsee gleichermaßen und ich glaube wir wissen über die Tiefsee ähnlich wenig wie über das Weltall vielleicht wissen wir sogar mehr über das Weltall ich weiß es nicht ich habe jetzt dazu keine qualifizierten Aussage hin reißen lassen ja aber es ist ja faszinierend und ich war so ein bisschen traurig darüber wie eng eben die ganze Entwicklung der U-Boote an die Kriegsführung gebunden ist weil ich ja auch immer so eine gewisse diese schönen gelben Forschungs-U-Boote vor meinem Auge hatte und eigentlich sehen wollte wie die Menschheit quasi sich aufmacht um die Tiefen des Meeres zu erforschen und nee es war sehr sehr kriegsgetrieben das Ganze und das mit der Forschung das fiel halt so ab ja ja das ist mal ein bisschen schade dass Militärtechnik die größte Innovationskraft hat und naja man muss auch sagen für zivile Nutzung außerhalb der Forschung gibt es halt auch noch nicht so viel Anwendung für U-Boote bestimmt für irgendwelche technischen Anwendungen wie bestimmte Konstruktionen von Ölplattformen oder so eine Sachen aber ich glaube selbst da setzt man wahrscheinlich weniger auf U-Boote als von als auf quasi ferngesteuert Technologie die man von einem Boot an der Oberfläche aus kontrollieren kann ja schön das ist auch krass was du was man an Literatur findet zum Weltkriegsgeschehen also viel viel mehr als also man muss sich da immer das war eigentlich so die Herausforderung rauspicken was ist denn jetzt eigentlich relevant ja und was ist Krieg und wie gesagt es gibt in diesem Büchlein das ich erwähnt habe ich dann das besteht hauptsächlich aus Kriegsgerät und das war dann auch sehr ermüdend zu lesen ich habe da viel übersprungen weil das einfach nur ja das das hat mich auch nicht interessiert Heldengeschichten von versenkten anderen Schiffen ja aber nicht nur Heldengeschichten es waren teilweise schon sehr grausige Schilderungen auch natürlich schon Ereignisse die wo halt U-Boote einfach Passagierschiffe wehrlose versenkt haben was dann mitunter zum Kriegseintritt der Alliierten geführt hat äh der USA geführt hat solche Sachen halt wo sich tausende von Menschen einfach also das das geht finde ich in diesen ganzen Erzählungen aus Metall und aus Stahl und und Sprengstoff geht das immer so ein bisschen unter welche also wie viele Menschen darunter gelitten haben und gestorben sind ja deswegen das ist eigentlich ja eigentlich ein interessanter Aspekt ne dass U-Boote fast immer ähm das gezielt auf Zivilbevölkerung eingesetzt worden sind ne sei es dass sie zivile Handelsschiffe versenkt haben oder heutzutage die Atomraketen die sie tragen die werden ja auch dann zivile Ziele haben ne ähm die werden Städte anvisiert anvisieren wenn sie eingesetzt werden sollen und so naja also wenn man wenn man sich äh wenn man kurz überlegt also der Sinn einer einer Flotte ja einer Kriegs Seemacht ist ja nicht Krieg zu führen gegen eine andere Seemacht sondern der Sinn einer Seemacht ist die Handelswege einer anderen Nation zu stören und da waren natürlich U-Boot ein adäquates Mittel und äh natürlich äh musst du dich dann äh durch das Wettrüsten gegen andere verteidigen aber der Haupt das Hauptziel war immer und da waren U-Boot extrem effektiv die Handelswege zu unterbrechen die die und da konnte man äh die Nationen dieser Welt durchaus in Bedrängnis bringen ja wenn keine Rohstoffe mehr kommen um die Kriegsmaschinerie zu füttern ja ja sieht schlecht aus sehr schön ja ich glaube ich glaube wir haben sehr viel oder fast alles zu dem Thema abgedeckt jetzt ist die große Frage was darf ich denn jetzt recherchieren ähm ja ich hab mir gedacht nachdem wir jetzt ja zwei sehr technische Themen hatten nachdem du uns ja erklären durftest wie die ISS funktioniert ähm von ganz oben nach ganz unten gewandert sind ähm dachte ich mir mal wieder ein eher politisches Thema mhm und ähm weil es jetzt demnächst wieder ansteht würde mich mal ganz brennend interessieren wie zur Hölle denn das amerikanische Wahlsystem funktioniert oah erklär mir das bitte einmal so dass ich das verstehe was das für ein Zirkus ist oh ja das das würde ich auch gern verstehen das ist ich hab das immer abgehakt unter das ist mir zu bekloppt aber ja gut das ist wie die Börse am Ende werde ich sagen danke dass ich dass ich jetzt das Verständnis dafür habe äh ich hab mich immer aktiv davor gewehrt das zu machen und das ist auf jeden Fall interessant ja oh wenn ich jetzt schon an Wahlmänner und Wahlfrauen denke ja ja doch das das werde ich mir mal das werde ich mir mal antun ich hoffe ich werde nicht zu viel Trump haben wahrscheinlich das was für dich jetzt die die Militärgeschichten waren wird für mich dann jetzt Geschichten über Trump und seine Machenschaften sein die in allen Sachen drin drin stecken werden immer weil Leute sagen ah ja hier da und so so konnte es zu Trump kommen das ist so ist das und das passiert also ich werde das umschiffen ich möchte nicht viel um den sprechen such dir halt einfach keine Ahnung einen anderen Schauspieler aus zum Beispiel Ronald Reagan oder warum Arnold Schwarzenegger kein Präsident werden darf ja aber immerhin Gouverneur ja aber das sind keine Ahnung das ist halt so ein Thema man kriegt das immer mit man weiß okay das ist anders als das deutsche Wahlsystem hab auch schon mal irgendwo so stichpunktartig gelesen wie das aber ich hab ehrlich gesagt keinen blassen Schimmer wie am Ende aus diesem ganzen Tohuwabohu ein Präsident hervorgeht und ja hoffe du wirst mich da beim nächsten Mal erleuchten ja ja sehr schön da freue ich dich auch drauf dann dann kommen wir zu einem Ende wer uns Rückmeldung geben oder uns unterstützen möchte der kann und sollte natürlich wie immer seinen Freunden von uns erzählen so ein bisschen Werbung machen oder uns auf Twitter Facebook YouTube oder Instagram folgen diese oder jede andere Episode kommentieren und auch korrigieren falls wir irgendwie Quatsch erzählen das könnt ihr auch gerne machen indem ihr uns eine Nachricht schreibt ja auch gerne mit Themenvorschlägen wie immer gilt das Thema demjenigen vorzuschlagen der das Thema nicht erklären soll sondern der die Frage stellen soll und ihr könnt uns natürlich auch auf Apple Podcasts oder Panoptikum bewerten um unsere Sichtbarkeit ein bisschen zu erhöhen ihr könnt uns gerne über Flatter unterstützen oder uns natürlich anderweitig eine Sach- oder Geldspende zukommen lassen wobei wir das nicht fürs Geld machen das wollte ich nur noch erwähnt haben sondern wir machen das aus Spaß an der Freude weil es mir immer wieder ein großes Vergnügen ist mich in solche Themen einzuarbeiten mit denen ich mich aus freien Stücken vermutlich niemals beschäftigt hätte ja das geht mir genauso alle Links und Hinweise dazu findet ihr in den Shownotes dieser und aller anderen Episoden im Podcast Client eures Vertrauens und natürlich auf aha.exklamatio.de und wenn alles gut läuft erzählt uns in vier Wochen der Joram wie das amerikanische Wahlsystem funktioniert bis dann macht's gut bis zum nächsten Tschüss Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal